Jo Leute, was geht? Ich komme zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist Max dabei und es ist was Krankes angekommen. Sagen wir es so, guck mal, eben hat es geklingelt. Ash hat noch voll tief und fest geschlafen. Ich bin in sein Zimmer reingekommen und meinte, ey, da ist ein Paket für dich. Es ist krank, wir holen das Paket direkt einfach mal. Das ist ehrlich crazy. Es ist so schwer. Vor allem, das hat nicht mal Tragegriffe, so ich es zum Tragen. Schieb das einfach her. Ach, schieben. Das war, wirst du mir den Boden noch. Wie sehr, deine Freude, 1 zu 10? Wann ab? Ich glaube, ich bin traf Ihnen, oder was drin ist, ne? Ja, es ist einfach 1 zu 10. Hey, was sagt ihr eigentlich zu Ash's Paket, was hier angekommen ist? Ganz schön groß. Ganz schön teuer. Ich habe zuerst gedacht, so, hey, was ist da? Das war die Postleur. Ja, für... Wieso? Was war die Postleur? Wie bitte? Was war die Postleur? Nein, ich habe ihr geholfen, dass du Schleppmassen haust. Aber sie ist vor es rausgefahren. Sie konnte es nicht alleine tragen. Oha. Alter Falter, das ist crazy. Verbrechung, falls ihr mal live mit mir zusammen zocken wollt, Ich bin jeden Tag auf Twitch, ungefähr um 19 Uhr live. Da heißt ich Ash-55. Oder geht einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da ist direkt mein Twitch verlinkt. Ich hole die Schere raus und mache ein Loch rein. Darf ich mit dem Messer so richtig fett am Rettstecken? Nein, man muss es nicht machen. Das Ding ist... Und das ist auch noch in den Ferien, ne? Kleiner Spoiler. Ich glaube, ich weiß, was du die restlichen Ferien machen wirst. Ja, das glaube ich auch. Bzw. ich weiß schon, was Ash heute auf jeden Fall die ganzen Tag machen wirst. Direkt oben. Hey, what the fuck? Wie ist die Grafikkarte so groß? Das ist crazy. Das ist einfach... Was ist denn? Grafikkarte, ne? Ja. 40,90. Ist die gut? Ja. 24,90. Oha. Stark, stark, stark. Das ist crazy. Von dir alleine kostet irgendwie mehr als 1000 Euro. Was? Ja. Nein, kein Scherz. Doch, ist krank. Hä, jetzt habe ich das Ding so teuer. So, warten halt. Was ist das? Musst du das noch zusammenbauen? Nein. Da ist noch mehr einzeln verpackt. Hallo? Ich dachte, das Ding gefällt dir eigentlich. Hä, warte mal. Ich habe das. Falsch? Kaputt? Hä, was denn? Hä? Falsch angekommen oder was? Man muss nur die Grafikkarte einbauen eigentlich. Nein, das ist Strom. Das ist Strom. Ja, das ist ein Lutzstecker. Ja, was ist das? Keine Ahnung. Lightning, Intel. Also, Ersch meint, er hat PC bestellt und er muss nur die Grafikkarte reinmachen. Das sieht aber ein bisschen anstrengender aus. Hä? Was ist das? Ich sage es euch, Leute. Der verzweifelt gerade innerlich. Das wird doch nichts mehr mit dem Spiel heute. Oh nein. Nein, nein, nein. Was ist das? Noch mehr Einzelkram. Das sind die Lüfter. Hä, warum die Lüfter? Ey. Oh, nee, Digga. Ich sehe mich jetzt gleich schon hier. Irgendwelche Tutorials auf YouTube gucken, damit ich dir helfen kann. So, dann ist das der PC. Oh, hell nah. Zehn, wenn der Fall ist. Nein. Oh, Junge. Esch, bist du bisher... Warte mal kurz. Also, die Grafikkarte war nicht eingebaut. Aber warum ist die CPU nicht eingebaut? Oder ist das die überhaupt? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist das nicht das Mainboard einfach? Ja. Ich muss auch draufschrauben nachher. Das ist ja crazy. Bist du ja enttäuscht davon oder was? Dachtest du, das kommt jetzt alles gut eingebaut? Nein, ich dachte, das kommt nur die Grafikkarte. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal den restlichen Teil des PCs an. Beziehungsweise den, ich denke mal, den wichtigsten Part im Optischen auch noch, natürlich. Ich bin irgendwo gegen den Kameraden mit der Schere. Nein, was? Ich schwöre, ich bin irgendwo gegen den Kameraden mit der Schere. Aber safe Styropor. Ganz kurz, Leute. Ich fahre gerade dabei, das Video zu schneiden. Und ich habe den ganzen Video so ein bisschen gemerkt, so, es kommt so rüber, als hätte ich meinen alten PC und ich hätte mir direkt einen neuen gekauft und alles und so. Und das hätte ich halt alles direkt neu gekauft und so. Und ich wollte dazu nur einmal kurz sagen, ich habe den PC auf jeden Fall nur aus dem Grund neu gekauft und auch nur so teuer gekauft, weil eben ich den für die Spings brauche. Kannst du, man kommt jetzt? Nein, ich habe das nicht von meinen Eltern bezahlen lassen. Und es wäre auch nicht normal, zu den Eltern hinzugehen. Es war nicht mal Weihnachten oder so, es ist nicht normal. Ich hätte auch niemals von meinen Eltern erwartet, dass sie mir so einen teuren PC kaufen. Deswegen, ich hätte mir auf jeden Fall selbst gekauft und ich bin auch dafür extrem dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, diesen zu kaufen. Aber es ist wie gesagt nur für die Spings und so und sonst hätte ich mir auf jeden Fall niemals so einen teuren PC gekauft. Nur falls ich im Video nicht so gut bekomme, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für den PC. Ich fühle mich, als hätte ich gerade 10 Volt aufgeladen. Ist der leer? Digga, der ist einfach Schaumstoff drin, irgendein Kissen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Achso, ganz kurz. Wir haben gar nicht gesagt, warum überhaupt ein neuer PC. Ich glaube, sonst könnte man sich wundern, weil der PC da unten, der ist ja gar nicht so alt. Ich habe es nicht gemacht. Oh, nee. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe es gut, vorbex. Warte mal, chill mal. Ich habe es nicht gemacht. Leute, wir zerfetzen gerade den ganzen PC einfach. Wollen wir hochheben? Einfach hochheben alles. Damit es am Ziel so gut rauskommt. So, mach Stücken vorweg. Alter, Alter, das ist krank. Und was ist das Ziel jetzt abgeben? Ich weiß nicht, irgendwas ist kaputt gegangen. Wir sind komplette Anfänger, was PCs angeht. Vor allem was Aufbauen angeht. Aber Digga, wie groß ist das Ding? Digga, das kommt nicht mal auf meinen Tisch. Vorbei. Das ist alles vielfältig. Aber, Ash hat gesagt, das Ding ist ultra leistungsstark. Ja. Also, wenn wir alles zusammenbauen jedenfalls. Was? Das ist so hässlich. Digga, du hast das ausgesucht. Nein, ich habe euch das Standard genommen. Ja, ist das? Oha. Das case sieht so goofy ass aus. Digga, du hast den doch konfiguriert. Ja, ich habe... Das muss dir doch gefallen. Ja. Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass das hässlich aussieht. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Aber ist schon heil noch, ne? Ja, perfekt. So, okay, und jetzt? Ja, und jetzt guckst du dir irgendein Tutorial an. Oder gibst du dir eine Anleitung oder so? Kaum, die hätten wenigstens auf ehren Basis hier irgendwas reinpacken können. Was ist das denn? Irgendwie dieses Glas aufbauen bekommen ist. Next. Ey, hier, hier. Das kannst du durchlesen. Das Glas kann man auf... Das ist eingekleet hier unten in den Schrauben dran. Die hier aufschrauben. Dann kannst du wahrscheinlich nach unten hin rausziehen einmal. Auf jeden Fall werden wir jetzt damit ein bisschen beschäftigt sein. Das ist, glaube ich, jedenfalls stark. Sehr stark. Ich auch. Ah, jetzt hoch einfach, hoch. Ja. Hier sind nur so kleine Dinger da drin. Ach Gottchen. Ach Gottchen. So, what the fuck. Ja, das ist ein neues Kissen für das Bett. Ja, nee, das Mainboard ist auch schon drin. Vorbei. Hä, schau mal. Das Ding da. Aber wir dürfen jetzt nicht so viel Staub machen. Ja. Das Ding da unten ist doch das hier, oder nicht? Das Ding ist doch leer hier. Wirst du echt? Das da? Ist doch schon da drin. Das ist doch nicht leer. Das ist doch nur ein Karton. Hält doch. Zieh mir nicht sicher. Doch, guck. Ja. Das haben wir schon eingebaut. Ist ja auch schon wie so ein Mini-Picci oder Drucker. Ey, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie nicht durch das Glas zerbreche oder so. Ja, das liegt auf dem Sofa. Was soll das erreichen? So lange es jetzt nicht auf die Steine draus pfiffst. Wenn ich du wäre. So. Gut. Grafikkarte. Alter, Alter. Das ist crazy. Das Ding ist, wie du findest dich ja nichts zu... Wie ist dein Zimmer eigentlich hier? Boah, die sieht aber auch gewaltig aus. Die ist brutal. Da, guck mal. Diesen Stecker da. Den brauchen wir. Der kommt da. Ja, doch. Aber das müssen wir gut fast... Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen... Hier sind die Anschlüsse nachher mit HDMI und... Also für die Bildschirme. HDMI-Displayport sehe ich. Gibt's denn safe keine Anleitung? Nichts, dass wir jetzt irgendwas falsch machen. Hier müssen wir ihn anfallen. Aber... Wir müssen das kurz einmal einbauen. Ja, gib mal ein Dings hier. Anleitung. Da steht ja safe alles drin. Da ist PopXL User Guide. Okay, Leute. Der PC ist fertig. Hoffentlich. Hoffentlich geht das jetzt alles so. Wir müssen dann einmal... Dein PC abstempeln komplett. Genau. Wir brauchen den gleich im Stehen ein. Halt mal kurz. Ich schlepp's erstmal den PC jetzt ab. Eine schöne Zeit mit ihm. Aber eine kurze Zeit. Jetzt beginnt's eine neue Ära mit dem neuen PC. Tja, was ist das für ein fettes Ding, aber... Also, was ist der Geist? Na ja, jetzt verkommt der im Ernst. Das Ding ist aber gigantisch. Boah, jetzt kannst du das ganze Kabel wieder anstecken. Ist auch vielleicht so eine spaßige Sache. Generell alles mit Kabeln ist spaßig, ne? So, Leute. Die Kabel stecken. Falls ihr euch wundert, dass es so wenig sind. Ich hab hier so ein USB-Mers-Lock-Ding da. Ähm... Okay, warte. Da hast du einen Knopf. Okay. Das ist... Ah, okay. Hinten die Knopper machen. Achso. Den hier unten, ne? Jetzt? Warte, warte, warte. Okay, drück. Oh mein Gott, film hier. Film hier. Oh. Oh. Okay, es ist so viel LED, aber das rückt ja eigentlich nicht. Hauptsache das Ding hat Leistung. Okay. Hörst du? Hä? Ist das ein Display? Da unten drin? Jetzt glaube ich... Die Kühlung. Oha. Stark. Deswegen muss nur noch da im Bild kommen, ne? Wenn da jetzt im Bild kommt, ist gut. Wenn nicht... Die Kühlung, die geht schon mal, ne? Die läuft jetzt. Ja, die kriegt auf jeden Fall schon mal Strom, das ist gut. Alles da drin, was leuchten muss, rückt. Oh. Das ist gut, glaube ich. Warte, warum ist das so ein Zeichen? Das ist... Der erste Bildschirm zerkratzt. Oh mein Gott, was ist denn das? Oha. Okay, 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 okay. Oha. Oha. Okay. Das ist gut. Aufgeräumt wird später. Die Maus. Die Maus ist... Ah, muss einfach so neu verbunden werden, wahrscheinlich, ne? Guck ich's... Und die Tastatur ist auch absolut nicht da. Ist auch nicht. Also Maus-Tastatur ripped. Maus ist da? Ja. Sauber. Das ist gut. Willst du noch ein paar Sachen eigentlich zu dem Rechner sagen, was es so hat oder so? Äh, da drin ist aber auf jeden Fall... Eine 4090, ein i913... Wie viel Arbeitsspeicher, wie viel Speicher... Das habe ich schon alles überall gezeigt. Das kann ich auf jeden Fall noch in die Videobeschreibung packen. Okay. Ja, das ist jetzt der neue PC. Ich muss das Ganze jetzt noch einmal hier ready machen. Und dann will ich sagen, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ist auf jeden Fall... Warte, ich will alles noch ausprobieren. Ja. Hier ist ein Lichtknapp. Ich drück hier mal, ja? Oh, okay. Oh, ey, blau ist geil. Das ist geil. Was gibt's noch? Nee. 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 Oh, das war... Aber an denen die blauen am schönsten, oder? Ja. Das ist eine kleine Extra-Seite in Fanny eigentlich. Ja. Geil. Oh, mein Fingerabdrücke, lecker. Ist es Type-C? Egal. Leute, das war's mit dem Video und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.